Klick mal auf Recipes, ey, dann haste gute Nacht für 3 Sekunden. Ja, ja, hab ich auch. Wenn ich das öffne. Oh, ich muss mal wieder Stoppo ändern, weil wir haben ja schon 32 Minuten ungefähr. Hat jemand irgendwie noch... Wattenflash von euch? Mh, kann sein. Guck mal oben bei mir in der Doppelkiste irgendwo nach. Warum, was hast du vor mit Leder? Äh, die Kreien machen. Ja, ich wollte grad sagen, mach dir wenigstens ein Backpack oder sowas. Lass dann, brenn das durch und mach Leder daraus, damit wir Backpacks sammeln können. Ey, ist doch sinnvoll, ey. My horse. My horse is amazing. Wofür taue ich eigentlich was sind denn? Da fliegst du einfach hoch zum Boss, klatsch den eben kurz weg, dann kannst du die Sachen. Ey, also das würde ich sagen, dass wir das nicht machen, dass wir da... Wir gehen wirklich durch die Tower durch. Ich hab jetzt auch mal ne Kralle. Also Johnny, das muss jetzt nicht sein, dass du da hoch fliegst und einfach nur wegballerst den. Da bin ich nicht für. Ich hab jetzt schon mal ein paar Wabba-Settlings, ne? Ich hab jetzt mal ein paar Wabba-Settlings, ne? Ich hab jetzt mal ein paar Wabba-Settlings, ne? Ba-ba-ba-ba-baby-bell. Okay, fängt das schon wieder an. Ba-ba-baby-bell. Gab's die anderen Taschen hier eigentlich auch, die in Hexe gibt's? Ja, die Backpacks. Ja, ja, klar. Ach, da sind sie ja. Ne, doch nicht. Das sind die falschen. Boah, ich hab ne Hexical Essenz. Ja. Alle behalten. Löscht die jetzt. Was war das gerade? Ja, das war 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mal ein bisschen Holz, Bastikis machen. Sticks hier. Boah, ich wollt grad schon wieder Knöpfe machen. Mhm. Spitzhackeln. Fackeln hab ich noch genug. Komm, Eisen brennt schneller. Erstmal hier unten ne Station angelegt. Mhm. Wieso nicht, ne? Da gehst du ab. Maaam, nerv nicht. Ah, die Eltern immer, ne? Ja. War das meine Mutter? Ja. Ey, ich hab ein Metroid-Zeug gefunden. Was denn? Ihr Metroid. Gesteine. Gesteine, ja, ja. Pass auf, äh. Aber außer Befreeze, weil ich spawns auch nichts, ne? Äh, Supercreeper. Ja, ist egal. Aber wir haben hier nur diese normalen Taschen, ne? Und es gibt Ender Punch, es gibt Rucksäcke. Ja, diese Abenteuer-Rucksäcke gibt's. Aber nicht das, was denn Hexe drin macht. Ach so, die meinst du, ne? Die gibt's nicht. Kannst ja auch Knapstacks machen, oder? Ja. Also das ist, okay, das ist komisch. Ich weiß gar nicht, welcher Mod das ist. Ja, ich auch nicht, weil... Ja, da musst du meinen Rucksäcke machen, oder so ein Quatsch. Weil ich hab mich jetzt auch gefreut, dass die drauf sind. Abenteuer-Rucksäcke kann ich machen. Ja, das kannst du machen. Ja, sonst muss ich noch mal gucken, und dann wird das einfach noch mal draufgemacht. Nee, jetzt ist doch nicht schon wieder so ein Quatsch, ey. Ist doch nur ein Mod. Dann macht man ja einfach Knapstacks. Ist doch gut. Ah, die muss damit so alles sind. Typ aus Konstant. Ja, Wolle, brauchen wir einen Faden und so für die anderen. Ja. Was ist das blöde? Ja. Aber in den anderen brauchst du entweder nur reines Leder oder Leder und Strings. Ja, aber die sind hier ja nicht bei. Naja, leider. Ist wieder eine miese Prise gespielt hier. Ich weiß auch gar nicht, welche das sind. Das sind so voll. Backpacks, einfach nur, das ist der Mod Backpack. Ja? Ja, ja. Okay. Ah, ja. Ja, klar. Der Enemmeln sagt wieder Fotze. Fotze. 10 Erz, 10 Erz. 2 Verschneidies. Ja, Kupfer auch. Na ja, können wir nicht ändern. Lassen wir jetzt so. Boah. Wird ja keine Ahm. Ist ja egal, haust du entweder in den nächsten Wetter rein oder so. Boah. Warum sind die wohl voll, Johnny, eh? Weil du wieder alles zu müllt. Wie in den Büchern. Ja, gut, das ist klar. Ja. Anstatt eine Kiste zu machen für Bücher. Boah, jetzt hat er diese... Lass doch bang. Wollen wir den scheiß Bornhaben, ey. Das Bornhab wird sowieso nach zugemüllt voller Kisten, wie ich uns kenne. Ja, aber das würde ich dann machen, dass das unten alles lagert. Ja. Jetzt gibt's ja Applied and Logistics. Ja. Hast du jetzt auch sofort, ne? Nein. Ja, deswegen. Upgrade die Kisten oder einfach mal, weiß ich nicht. Ja, hast du dann genug Eisen? Du warst doch mein, nicht ich. Ich hab nur immer so eine Spitzhacke. Ja, dann geh doch mal mein. Ich bin doch noch nicht so weit runtergegangen, Johnny. Ey, mein Deathcounter, der bleibt immer stehen. Ist er stehen geblieben? Ja. Ja, der zeigt immer noch 4 Minuten und 45 Sekunden an. Ja. Wie ist er stehen geblieben? Ach, weißt du, warum? Weil ich nicht da war. Und der Chunk legt nicht irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich glaub, dann bleibt er auch wirklich stehen. Naja, Pech gehabt. Santos, wir machen das einfach so, wir gehen zusammen in den Gang und ich mach dann da unten einfach einen Portalgang hin. Weißt du, dann können wir immer hochgehen, ohne dass wir so hoch müssen lassen. Was? Äh, ich bin noch nicht ganz unten, Johnny. Diamanten! 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 Das ist ein bisschen nervig, wenn jetzt noch ein zweiter Mitkrieg da. Warum? Du machst einfach links, ich mach rechts. Ja, mach, komm. Du siehst das ja auf der Karte. Bei dir gehst du ein bisschen schneller, weil ich... Äh, ja, fall mal runter, Johnny. Achso, Santos, mit einem Diamanten hast du schon. Feine. Ja, und? Ich sag doch, lucky bin ich, ne? Ich sag ja nur, weil gestern... Sag, Diamanten, gestorben, oh, wieder Diamanten. Ja, und? Und Meteora. Autsch. METROID, METROID, METROID. Hier kannst du durchgehen. METROID. Was kann man denn daraus machen? Wenn du diese METROID-Scharts hast, dann kannst du doch das Schild machen. Ja, ich kann auch Rüstung machen dadurch. Aber, bau mal lieber erstmal das Schild, ich hab keinen Bock, dass das Haus kaputt geht. METROID. METROID. Da kann ich doch nichts, du suchst doch selber. Da hab ich ne Egoist drin, ne? Ich brauch erstmal Rüstung. Ja, glaub ich dir. Ich brauch erstmal Rüstung. Ich brauch erstmal Rüstung. Ich kann auch Meteoriten beschwören. Auch geil. Katzenkometen. Mhm. Ja, da musst du Fisch und... bisschen METROID-Zeug dabei packen. Ich guck mal, wie viele ich finde, weil jetzt hab ich... Achtes schon wieder. Der Brad Stone, oh mein Gott. Oh mein Gott. Enorm. Enorm. Enorm ist scheiße. Haben wir eigentlich genug Essen noch? Weiß er nicht. Sag mal, wenn einer oben ist und Slime findet, einfach mal eben wegkloppen. Oder haben wir schon Slime-Bälle? Dann kloppen nicht. Dann würde ich schon mal den Bugswitchen machen. Dann brauchen wir nur paar Knochen immer reinschmeißen. Dann können wir schneller Essen farm. Bugswitch? Ja, zeig ich dir dann. Wenn der fertig ist. Der kostet zwei Pistons, paar Bögen, beziehungsweise dass ich die Dispender craften kann. Okay. Oh, ich denke mal, das ist eine Kack-Uhr. Es ist ein Silber-Uhr. Denk ich mal, das sind Diamanten. Ja, weil du ein bescheines Texture Pack hast. Bescheiden gar keins. Naja, deswegen ganz bescheiden, das Texture Pack. Gar keins. Ich hab... Oh Gott, oh Gott. Ich hab Meteor-Chip. Hab ich auch grad gefahren. Aber dafür hab ich kein Eisen. Die bauen da nicht Zombies oder sowas oder so. Die sind meist nur zu viert oder sowas. Äh, wo sind die drei Eisenbahnen, die hier drin waren, Shani? Ich hab einen Splitsack rausgemacht. Ich hab aber 18 Eisen im Elementar. Kannst ja gleich schmerzen. Siehst mal, wo schnell das landet, ne? Der hat irgendeine griffige Finger. Ja. Ja. Ja, aber ich... Ich hab daraus nur eine Splitsack gemacht und hol's wieder neu. Ich weiß nicht. Mach ich auch. Ich hab auch schon Kohle gefunden. Ach, okay, dieser Anfang, ey. Ist immer das Nervigste. Sei vor, ich hab dein Eisen... Ich hab dein Eisen verfünffacht. Mhm. Oh, sollst ihn loben. Lob ihn mal lieber. Nö, keine Lust. Der Daumen oben wird man nicht loben. Sonst weint der Armee ja jung nachher. Ja, wie immer. So. Nächste Runde. Probierst du da? Ey. Mich hochziehen. Ey. Bist du dumm oder so grad? Na, macht er wieder Unsinn? Ja, ich bin grad am Craften. Was macht der? Hebe die erstmal hoch. Er haut mich einfach durchs Portal. Oh, Johnny. Das war, weil ihr mich beleidigt habt. Ja, weil wir dich beleidigt haben. Aber wir haben dich gar nicht beleidigt. Wir haben dich gar nicht beleidigt. Wir haben dich auch mit Grund zurecht gestürzt. So würde ich das nennen. Beleidigt haben wir den nicht. Dann hätte ich was anderes gesagt. Ohhhh. Manchmal ist das so'n bisschen nervig. Ich hab doch nur so schnell drauf. Bis ein Craftener haut dich dann durchs Portal durch. Ach, ja. Wir haben dich lieb, Johnny. Was würden wir ohne... Was würden wir ohne dich doch machen? Wir machen uns erstmal meteoriten schwer und sagen, Scheiß auf euch, Alter. Ja, gib wenigstens... Ja, sonst mach ich. Komm, ich mach das Schild nachher. Brauchen wir noch eins craften, oder wie? Ich hab nur diese meteoriten Chips, deswegen... Ich weiß nicht, ob das... Ja, das sind die. Die Bruchstücke. Ja, du hast immer auf Englisch, ey. Das ist immer... Ja, aber das sind die. Die braucht man dafür. Ich hab auch sechs Stück. Ja, dann. Dann soll er sich halt ein Schwert draus bauen, und ich mach dann ein Schild jetzt. Ja. Ich hab auch ne Spitzhack. Boah, wie können wir nicht Pech haben, dass es direkt bei den Items reinhaut, und dann... Ja, das ist... Ja, ist grad keiner da, und dann sind die weg. Ich hab noch einen meteoriten Chips über den Toriten der Küste hier rein. Chip oder Chilt? Chip. Ja, dann. Ich mach mal weiter mit. Weil ich habe 14 Stücke. Und ich hab sechs. Was? Oh, ich hab auf der... Ich hab auf der Spitzhack gewartet. Magnetisierung. Ist gut. Man konnte gucken, wie die Reichweite ist, ne? Weiß ich nicht. Kann sein. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Wo ist am besten, wo ich das denn platziere? Oben aufs Dach mit, oder was? Ja, wär am besten, ne? Ich weiß ja nicht. Ich hab das noch nie ausprobiert. Ich hab... Auf dem Server gibt's die ja nicht. Also kann ich nicht wissen, wie die funktionieren. Weil sonst benutze ich den Mod ja gar nicht. Oder beziehungsweise ich hab Hexed sonst gar nicht gespielt. Ah, was brauch ich denn noch? Eine Spitzhacke hab ich eigentlich noch. Spitzhacken hab ich noch. Oh Gott. Oh. Herz. Herz. Nein. Kein Herz gefunden. Aber ist mein Herz. Also es wird fast gestorben. Wie sieht's eigentlich mit Essen oben aus, dass wir mal sagen, wie da das wir ein bisschen anbauen? Ja, der rechte Ofen, da müssten jetzt gebratende Kartoffeln dann sein. Ich hab da Gold rein gekauft. Gut. Aber ich frag mich, wie kriegt man eigentlich dieses Posteriten-Kristallgras? Weiß ich nicht. Dazu ist kein Rezept da. Keine Ordnung. Oder dieses Peloid-Buchstück. Meine Güte. Oh, wie viele Ors hier unten sind. Das Problem, die meisten Ors, die noch so auf Hälfte sind, kannst du fast erst nur mit Eisen abbauen. Selbst wenn ich das Eisen grad hier sehe. Alter, wie viel Silber dabei ist. Silber und dann... Okay, zumindest auf dem Dach ist drauf jetzt. Alter, hier ist alles voller Silber. Silber. Ja, Silber ist irgendwie Massen hier. Boah, Alter, was für eine Ader. Und da tauchen immer noch die anderen Ärzte auf mit. Fett. Aber du brauchst Eisenspitze ungefähr. Aber das müsste reichen für unser Dach. Boah, hier ist noch, hier ist noch mal Metal-Beechips. Ja, die sind ziemlich unten immer auf dieser Diamantenhöhe. Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass meine Uhr immer runter wechselt. Boah, ich kriege da immer einen Rattel bei. Piss Ding. Magnetisierung. Okay, ich habe jetzt aus einer Ader bis jetzt schon 36 Silber rausgeholt. Wie stark ist das Meteoritenschwert eigentlich? Weiß ich nicht. Musst du craften und dann siehst du es doch, oder nicht? Ich habe das wie bei ferne Spitze gesehen. Nö, das steht hier nicht, weil das ist doch kein Minecraft 1.7. Ach ja. Weiß ich nicht. Vielleicht Eisen oder so? Nein. Eisen vielleicht ein bisschen schlechter als dir. Musst du einfach mal ausprobieren. Musst du einfach zwei Schwerterkräften oder musst du eine Kuh oder eine Schweinschlange oder sowas. Dann siehst du es ja. Hey Johnny, warum bist du bei mir jetzt weiter runter gegangen? Dass ich mich viel angraben wollte. Kannst du einfach nach links gehen. Alter, wie viele Ärzte noch in einer Ader. Erhöht 13 noch nicht. Ich gehe mal auf Höhe 11. 11, 12 sind meist Diamanten. 11 ist die beste Höhe. Besonders weil ich jetzt Gold gefunden habe. Ja, Gold brauche ich auch noch. Ich habe, was würdest du sagen, ich habe 52 Silber, 7 Led, 4 Tim, 3 Faibus gerade in 2 Sekunden gewinnt quasi. Gebästensjang. 7, 8 bis 6. 9 bis 6, 9. 8 bis 7.